Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Hier packen wir nochmal ein paar Planken rein. Und dann würde ich sagen, wir machen sofort hier die... Ah, wir haben wieder ein neues Geschenk, nice. Ein Federkiel, nice. Wir werden gleich hier dann unseren Anker anbauen. Hier, reißen wir ab, wenn wir hier fertig gebaut haben, das Teil da. Warten wir noch darauf. Den Anker, da brauchen wir nur noch drei Metallbaden. Wir müssen aber auch gleich mal wieder angeln. So, dann können wir hier abreißen. Äh, so, genau. Ähm. Ach komm, will ich haben. Ah, haben wir. Ich dachte, ich bin gefährlich... ...gefährlich weit vorne. Am besten haben wir jetzt nichts bekommen. Was lernen wir jetzt? Als Barawanne. Das ist geil. Geil, was wir hier alles kriegen. So. Wie weit ist das? Danke, Rhein. Die zwei machen wir noch. Dann können wir die drei Barren dafür machen. Wir brauchen gleich dringend was zu essen. Kriegen wir den? Den kriegen wir nicht. Nein. Nein. Ja. Ja. Also nur so zur Info, äh, wollt ihr eigentlich schon seit längerem Bescheid sagen. Ich spiele hier Raft ohne Mods, also weil ich, äh, hier keine vernünftigen, äh, gefunden habe, auf Nexus-Mods zumindest, welche ich hier brauchen kann und ich weiß nicht, wo ich sonst noch welche finden kann. Deswegen ist das genau so, wie das Spiel es vorsieht. Okay. Das heißt, wir müssen auch wahrscheinlich zum Bauen die ganze Zeit zu unseren, äh, Kisten und so weiter rennen. Und wir haben hier wieder Kartoffeln. Wo ist unser Trinken? Trinken, trinken, trinken. Da. Hä? Wieso haben wir da nix mehr? So. Anke platzieren. Den nehmen wir noch. Dann für den Anker. Machen wir gleich hier was. Ah, jetzt fertig. Hier ist soweit. Nice. Ah, perfekt. Wir haben es hier fertig. Nice. Das heißt, jetzt drei Barren machen. Ja, die Palmenblätter müssen wir mal. Hier, wir kriegen eh genug davon. Mehr als genug. So, auch wieder Hunger. Danke rein, Planke rein. Dann würde ich sagen, können wir mal hier hinten anfangen. Bisschen schon mal zu bauen. Genau, jetzt schon mal anfangen. Und dann hier. Äh, warte. Drehen, genau. So. Machen wir so. Und so. Da sind wir immer ein bisschen Holz wieder losgeworden. Das ist da rein. Das ist da rein. Das ist da rein. Den wollen wir noch. Komm. So. Und den hier. Alter, gleich vier Stück kommen da. Ne, fünf sogar waren das. Kriegen wir den? Jo. Den kriegen wir. Sind die gerade über mich durch? Hä? Und das sind fünf geile Delfine gewesen. Nein. Den kriegen wir jetzt nicht. Nein. Komm schon. Komm. So, zwei Pakete. Neue Flagge. Und. Neun Tisch. So, dann müssen wir jetzt noch mal was trinken. So, dann brauchen wir gleich wieder. Hier brauchen wir Bolzen. Aber wir machen erst mal den. Dann brauchen wir. Den haben wir. Binden wir den. Ja, geil. So, einer noch. Dann hätten wir das. Den müssen wir jetzt fertig kriegen. Und dann können wir gleich. Das hier bauen. Lässt dich dein Floß ankern. Komm schon. Komm schon. Braucht noch eine Planke? Hier braucht er noch Planke. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber den Husten werde ich einfach wirklich nicht mehr los. Habe ich schon, glaube ich, öfters mal gesagt gehabt, aber den werde ich einfach nicht los. Klar. Hier noch drauf packen. Ah, geil. Den haben wir fertig. Das heißt, Anker. Den werden wir bauen. Nice. Ey, Captain. Geil. Alter, wie geil. So, dann. Nee, warte. Dann machen wir mal das hier. Den Seetank. Okay. Boah, wie geil ist das jetzt mit dem Anker. Ich feier das auf jeden Fall. Dann können wir jetzt. Auch noch hier. So, machen wir. Hier. Und hier. Wenn wir das hier machen. Dann brauchen wir gleich nochmal ein bisschen. Backpoles. Jo, den haben wir erwischt. Den kommen wieder. Dinger. Äh. Besser. Und ihr müsst euch so vorstellen, das geht ja noch, noch eins höher hier. Geht hier nochmal eins höher gehen, so auch in Schräge. Warte mal, was wir eigentlich noch machen wollen, wäre ich hier so. Ja, okay. Hier wollen wir ja... Oh, was passen? Den haben wir ja. Dann brauchen wir den jetzt hier. Dann will ich das hier so haben und hier nochmal eine, dass dann von oben hier dieses, äh, diese schräge ist. Kriegen wir den? Ja, geil. Okay, Palenblätter nehmen wir dann auch. So, danke. Und... Ah, die Delfine. Ah, ich sehe da ein Floß. So. Hilber haben wir jetzt. Packen wir das mal hier zu. Und Planke rein. Und den hier auch noch rein. Boah, ey, tut mir echt leid wegen meinen Husten. Äh, warte mal. So. Was ich auch am überlegen bin, wäre tatsächlich, äh... Ich kenne das ja aus dem Trailer, dass man da, äh, noch solche Ruderdinger haben kann. Was wir dann hier irgendwo... Und hier aber innen drinnen, wo wir diese Ruderteile haben. Nein? Doch. Fässer sind keine mehr gekommen, ne? Ja, wir brauchen wieder Planken. Hinkommen wieder Fässer. So, sanftes Drehen. Und jetzt ist es wieder dunkel. Und so. Ein bisschen. Ah, geil. Der ist wieder fertig. Müssen wir schauen, was wir gleich aus dem Mitteilbaren noch sonst mal alles machen können. Und so. Oh, wir haben wieder Glibber und... Guck mal, so ein Scharnier. Tschüss. Das Ding können wir wieder zumachen. Glibber weg. Dann hier können wir wegmachen. So, machen wir mal so. Ach, Speer haben wir. So können wir da auch nichts machen. So, dann... Okay, packen wir mal aus unser Geschenk. Noch ein Schrank. Äh, genau. Vorne wollten wir. So. Dann haben wir jetzt kein Holz mehr. Gar nichts mehr an Holz. Die Palmblätter nicht da reinschmeißen können. Die Frage, die ich mir stelle ist... Wir werfen mal den Anker. Ob wir von da wieder rein können, sollten wir rausfallen. Jo, Tatsache. Das heißt, dann können wir hier zubauen. So. Dann könnten wir immer von hier unten wieder rein. So, jetzt brauchen wir aber dringend was zu essen. Und was zu trinken. Komm, beiß du mal an. Dann gibt's leckeres, äh... Eifischfilet. Hat der Boris. So. Dann nehmen wir die. Und... Müssten wir jetzt noch dringend... Äh... Trinken. Und wir brauchen wieder eine... Angel... Ah, scheiße. Wir haben keine Planken. Passt, da... Da gibt's immer Planken. Komm. So. Ja, den haben wir. Ja. So, wie viele haben wir? Fünf. Jetzt haben wir nur auch noch eine. Da hinten ist eine Planke. So, Planke. So, zwei fehlen noch. Okay. Und Planke. So. Dann können wir jetzt noch eine neue Angelroute machen. Oh, da ist eine Kiste. Die müssen wir gleich holen. Ah, die kommt direkt zu uns. Okay. Nice. Ähm, so. Ah, dafür haben wir zu wenig. Das ist eigentlich okay. Aber hier müsste dann so sein gleich. Können wir dann... ...das hier schon mal machen. Ja. Nice, der ist fertig. Oh, wir haben wieder eine Kartoffel und einen Fisch. Platzieren und platzieren. So, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Kunststoff, wie ich gedacht hatte. Jetzt brauchen wir eher mehr Holz. Einen Moment. Ich will mir jetzt eben noch was schnell trinken. So, dann mache ich mir eben eine neue Flasche auf hier und dann bin ich sofort wieder da. So, dann bin ich wieder. Und... Ja, wir müssen jetzt... ...dass wir wieder Holz kriegen. Ach, Holz. Wie weit sind die? Achso, ich habe eine Planke reingebaut. Alles klar. Nein, komm. Nein, das ist wieder ein Fass. Ne, sieht nicht so aus, als würden wir die jetzt so kriegen. So, vielleicht. Jo. Ah, wieder ein Geschenk. Und neuer Motivationsspruch. Dann wollen wir jetzt noch was trinken. Also, erst mal hier. Ah, da fehlt uns noch einer. Da ist einer. Ne. So, okay. Dann haben wir den jetzt. Dann werden wir hier gleich den hier brauchen. Da brauchen wir sechs. Da hinten ist wieder... ...insel. Und das Schöne ist... ...wir haben ja jetzt einen geilen Anker. Wir brauchen die Steine auch eigentlich gar nicht mehr, oder? Brauchen wir... ...wir brauchen wir für irgendwas noch Stein. Hier, Steinachs. Ja, okay. Ein bisschen brauchen wir die noch. So, Rohrhering und Sebrasse. Haben wir eigentlich schon erforscht, Steine. Das ist schon erforscht. Dann können wir da gleich wieder ein bisschen Holz holen. Ja, okay. Wir haben hier noch... ...die Bolzen und Scharniere. Karten wir mal, was wir damit noch bauen können. Zum Beispiel diese Lage. Da brauchen wir acht Stanken. Mönze brauchen wir nicht noch einmal. Hier, Sammelnetz. Ja, okay. Ja, okay. Das brauchen wir nicht. Abfalleimer. Wirf deinen Abfall hier hinein, statt in den Ozean. Ja, das ist eine Idee. Hier können wir schon von allem eine bessere Version machen. Außer von den Dingen. Schaufel. Weil brauchen wir sechs Planken. Machen wir uns gleich mal eine Schaufel. Weil wir ein bisschen Holz haben. Und dann mal schauen, was wir dadurch finden können. Warte mal. Können wir das auch hier? Rein theoretisch. Das ist Fundamentrüstung. Bietet sich den Schutz für dein Fundament. Ach so. Das ist nur für Fundament. Warte. Nee. Wir wollen da hin. Äh, Vorhang haben wir gelernt. Farkis. Okay, da funktioniert nicht. Was ich vorhabe. Kommen wir da noch hin? Sagen wir das? Was muss mir reichen jetzt? Ja. Genau. Heiß Viech. Dann haben wir hier noch eine Palme. Jetzt noch eine Palme. Geil. Ah, geil. Wassermelone. So, dann können wir eben jetzt snacken. Und die Wassermelone. Ah, die Ananas nehmen wir auch noch. Ah, dann können wir das wegschmeißen. Ah, geil. Komm, wir nehmen mal die schwarzen Melonen mit. Wenn wir jetzt mal machen, dann können wir vielleicht unser Boot schwarz färben. Einen Ananas. Noch eine Wassermelone. Ah, okay. Hier. Die schmeißen wir weg. Wassermelone aufnehmen. Wassermelone. Samen brauchen wir nicht. Dann können wir das hier. Ah, wir haben wieder ein Metall jetzt. Nice. Ablage. Da haben wir wieder. Dann nehmen wir noch... Ja, dann lassen wir das mit der rote Dune. Aber dann machen wir das erstmal mit dem... mit dem schwarzen. So. Du bleibst weg von mir. Und... Mach mal den noch mal drauf. Dann legen wir das blaue. Äh, wir haben hier eine Farbmühle. Schwarze Blume platzieren. Auch noch mehr schwarze Blumen. Ach so, hier ging es hoch. Die schwarzen Blumen waren oben. Hier ging es hoch. Hier gibt es keine schwarzen Blumen mehr. Nur noch weiße und gelbe und blaue und rote. Also nur noch die Primärfarben und weiß. Ja, genau. Beißt wieder auf mich ein. Wechsviech. Können wir wieder gehen und... So. Können wir... Ah, ne. Äh, warte mal. Weg damit. Und... Ja, erstmal wieder sättigen. Äh, den hier. So. Ah, Palmenblätter weg. Ah, okay. Aber den hier auch fertig. Dann haben wir hier nochmal Glas. Den haben wir schon. Können wir das? Kannen wir nicht erforschen. Aber die können wir vielleicht... hier drauf packen. Äh, so. Ah, okay. Und die Kartoffel können wir hier drauf packen. So. Dann können wir mit dem Hammer... Äh, hier. Das hier nochmal machen. Geil, nochmal eine Rübe. Warno drauf. Das schmeißen wir weg. So. Dann brauchen wir den hier noch einmal. So, und... Ja, hier haben wir kein Holz mehr. Das ist nicht genug. Äh... Was können wir mit dem Glas hier machen? Hm... Gab's hier doch nie. Wo was? Leere Flasche und das Ding. Okay, dann brauchen wir jetzt eine leere Flasche. Brauchen wir vier von denen. Ich will zusehen, dass wir... ein bisschen was an leerem Glibber hier kriegen. Oh nein! Wo ist das hin? Wieso muss ich immer... Ah. Ja. Ich brauche einen neuen Haken. Dafür fehlt mir noch eine Planke. Haben wir die? So. So. Dann machen wir den mal. So. Oh. Die ist viel nicer. Merkt man richtig. Ah, geil. So. Das dahin. Das weg. Und... Da hinten. Komm ich da ran. Nicht ganz. Ja. Wir haben zwei Geschenke wieder. Einmal ein Kamin. Boah, wie geil ist das denn? Und ein Teppich. Und wir haben hier wieder... Weiß Palmblätter. Die können wir auch schon mal wegschmeißen. Das haben wir schon... mehr als genug. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018